guten morgen mallorca da bin ich mal wieder ich glaube ich bin erhört worden ich habe erst gedacht dass wir hier ein bayerisches lokal hinbekommen weil das so weiß blau gestrichen wurde und dann fahre ich heute morgen hier vorbei und sehe ein noch papier schild dafür wird bestimmt eine richtig große reklame entkommen ihr glaubt nicht was es hier hin was hierhin kommt kein bayerisches lokal nach paghera sondern akropolis ein griechisches restaurant da gibt es dann giros metaxa sulflaki stuffed burger habe ich noch nie gehört lampshops also alles in englisch beschrieben hier sehen wir noch von dem vorgänger lokal die alten karten die man dort einlösen konnte maestro und so weiter guckt mal hier ein schönes schönes schöne alte aufkleber liebe grüße aus paghera ja und jetzt wird es ein griechisches restaurant wo man auch ein steak bekommt ein sterillian steak wenn ihr wissen wollt wo das ist da gegenüber hier auf der anderen seite da ist meine lieblingsbäckerei eine ganz kleine bäckerei am boulevard und hier an der seite da sieht man auch da war früher mal ja pizzeria lange her jetzt sind auf der linken seite so lagerstätten so lager garagen die früher vielleicht auch mal als laden geplant waren und ja hier tut sich was also ist nicht weit zum großen kreisel nach casa pepe seht ihr das dort ist das ja da oben seht ihr auch senior tapas das ist so schräg gegenüber ja moment wird alles gemalert da hängt noch die alte speisekarte drin wo es dann gebackenen kambert und sowas gab und ja die dom kölsch reklame hängt auch noch mal sehen ob sie kölsch gibt aber ja wir haben gerufen und der grieche ist gekommen ansonsten ist morgen hier feiertag auf mallorca viele nutzen das für den brückentag weil ja montag frei wochenende frei und dann ja oder haben dann melden sich denn heute auf der arbeit krank das passiert dann auch also es ist denn der gekünstelte brückentag aber das ist eine ganz andere geschichte wir sehen uns wieder im nächsten video und denkt dran morgen ist hier feiertag wenn ihr einkaufen wollt macht das und wir sehen uns bis dann tschau sagt euch euer micha